Hallo zusammen, ich bin Büsser Gummibomb und willkommen zurück zu Let's Play Europa Universalis 4. Also Navarra, wir sind kurz davor unsere Institution hier zu enacten, oder wie heißt das schon wieder? Ähm, Embracen! Genau, wir werden sie ganz furchtbar lieb haben, oder? Nein, heißt wahrscheinlich in dem Kontext ein bisschen was anderes. Ähm, wir haben, aha, wir kriegen noch mehr Schiffchen irgendwann, ein paar Handli. Okay, wir haben hier 10 Merchantments. Ich glaube, wir wollten irgendwann Aragorn angreifen gehen, das müssen wir immer noch machen, aber wir wollten den zuerst uns die Institution holen und die nächste Military Tech. Genau, damit wir das auch irgendwie hier richtig schön machen können und nicht zu viele unserer geliebten Untertanen verlieren. Weil das würden wir nie machen, nur für Landgewinn unsere Söhne und Töchter einfach so sterben lassen. Können wir da noch ein Kling machen? Nein, weil wir schon zu viele haben. Also später. Beheirast! Wait a second, you're not. What the fuck, dude. Das andere Zeug ist aber alles da drüben, oder? Ja, okay. Perfekt, cool. Ähm, dann werde ich jetzt mal kurz weggehen von der Pause. Oh, die Schweiz consideriert Österreich kein nicht mehr Zweibel, was natürlich auch schön ist. Haben die das gerade dazu gewonnen? Breitet sich Österreich gerade wieder klammheimlich aus da oben? Na, mir soll das recht sein. Our coast has been raided. Und bla 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 bla, viel bla 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 bla. 9,28. Nächsten Tick, oder? Sollten wir es haben. Oder? Viel. Yes, okay. Perfekt. Ja, jetzt embracen wir mal. So kann es nicht weitergehen. Oh, Merchant haben wir dazu bekommen, oder was? Seriously? Ich sehe aber keinen weiteren Merchant. Vielleicht habe ich das gerade falsch gelesen. Ja, jetzt haben wir natürlich zu viele Points hier. Back und wir holen uns gleich mal Military. Tee und Diplotec. Wunderbar, jetzt müssen wir noch Einheiten verbessern. Das war was? Die Kavalerie war die? Ah, die Kavalerie und Du, oder? Dann ist alles wieder gut. Ja, perfekt. Äh, dann werden wir auch klein... Ne, ein Tick warten wir noch, um noch ein kleines bisschen Karten in die Schatzkiste zu bekommen. Und Däne... Ja, so. Däne werden wir mal hier unsere gesamten Flotten sammeln. Weil unsere Handelsflotte muss jetzt leider kurz aushelfen als Kriegsflotte. Das bist du? Aha, ihr habt euch nur noch nicht vereinigt. Aber das wären alle, oder? Ja, genau. Und ich muss die Arme im Endeffekt jetzt mal kurz hochgeben. Wow. Oh, immer noch bis 24, wenn das nicht mal nice ist. Weiß ich auch nicht. Dann musst du mal einen General kriegen. Irgendeinen schönen. 3-3-3 ist das Beste, was wir haben. Ähm, ihr könnt einfach alle da hin. Und dann dürft ihr euch alle mal kurz hier in eine Flotte verwandeln. Und dann warten wir noch kurz. Und dann werden wir hier Richtung Aragon lossegeln. So viele Soldaten haben sie ja Gott sei Dank nicht. Sie sind wahrscheinlich gescheit genug... Ich weiß nicht, ob die Kai gescheit genug ist, dass sie uns am Landen hindern will. Statt, dass sie uns versucht zu bekämpfen, wenn wir eh schon auf dem Land wären. 2-3 wäre natürlich besser für uns, weil sonst kriegen wir einen fetten Minus-2-Penalty. Aber wer weiß. Die Kai ist ja bekannterweise doch eher dämlich hin und wieder. Ähm, kann ich da noch einen zweiten Claim machen oder habe ich den schon gemacht? Gibt es noch Claims? No. Possible neighboring points. Okay, nein. Ähm, wir werden dich jetzt trotzdem drin lassen, damit das Siegchen schneller geht. Ähm, und kurz den Typen aus Frankreich wegnehmen. Mit Wimps, bist du mit Indus-Ösartigem verbindet? Nein, mit Pfalz und Ferrara. Naja, ich habe mir noch überlegt, ob ich mir Ferrara auch noch gleich einladen sollen. Aber dann habe ich mich dagegen entschieden, weil sie nur wenige die Trailroads sind. Nicht wahr, genau. Okay, ähm, dann lassen wir Ferrara-Ferara sein. Vielleicht können wir ein bisschen Geld von ihnen kriegen. Drei, zwei, eins. Die Clare Wall. Ah ja, das ist meine Seite, okay. Die würden alle mitmachen, aber... Warum sollte ich? Sind die egal? Äh, Texas Sari. Ist ja egal. Jetzt mal drauf. Kommen Sie rüber oder nicht, ist die Frage. Sie? Das werden wir momentan noch stehen. Aber sie haben ja jede Zeit der Welt, sich noch um zu entscheiden. Tun Sie nicht. Okay, sie sind also wirklich deppert. Das wäre ihre Chance gewesen, mich hier zurückzuschlagen, aber das machen sie nicht. Jetzt ist die Sache eigentlich gegessen hier oben. Äh, ich frage mich, kann Luca das alleine oder muss ich da einen Stack runterstellen? Ähm... Vielleicht schicken wir mal kurz einen Stack runter, nur damit da sich alles mit rechten Dingen zugeht. Äh, die Pfalz wäre da oben. Wir haben 8000. Auch nicht so wirklich übel. Äh, wir holen da nur noch mal 10.000 ab, damit das alles ein bisschen fixer geht da oben. Jo. Kurz einen Moment, jetzt kann ich wenigstens hier auch schon landen. Das ist ganz wunderbar. Ja, ich meine, ich hab's ja nicht zu heilig. Also sowieso holen wir nicht einfach alle. Bump! What just happened? Okay. Okay, okay, okay. Oh. Oh. Okay. What kind of fucking huge war is this? Willst du mit der Pfalz, Anhalt, Böhm, Hürgensburg, Aragorn und Ferrara im Krieg? Äh, bitte mich nicht mit reinziehen. Oh, stimmt die. Du bist, oh, du bist auf der Seite von Österreich. Interesting, mit wem bist du im Krieg? Ist euch England, Lens, der Englisch, Mexikin und Frauen in Augsburg, Oldenburg 8 und the Papal State. Mal schauen, ob ich da mit reingezogen werde. Könnt schon sein. Wären wir jetzt nicht so recht. Oder vielleicht geht das nicht, weil ich schon mit Aragorn im Krieg bin. Ich glaub, es sollte eigentlich trotzdem gehen, aber ich bin mir gar nicht sicher. Hey, Luca, das war ein bisschen... Es ist ja schön, dass du so viel Einsatz zeigst, aber hättest du ruhig noch, ob ich es da warten können. Ja, okay, auf die vier scheiß ich jetzt. So. Weil sonst muss ich dann auch wieder zweimal in die andere Richtung laufen. Du kommst hier rüber. Sollten hier wohl kein Problem darstellen. Okay, noch einmal. Gleiches Spielchen auf der anderen Seite. Perfekt. Jetzt hätten wir's. Preis of Tobacco changes by plus 50% until the second of January. Super. Also ich weiß nicht, ob es so super ist. Aber wir haben wahrscheinlich eine Gräbige irgendwo. Äh, oh. Ich meine, das wird mir mehr Geld geben, aber schnellere Kolonien sind die auch nicht. So, ähm, ich müsste jetzt das Ganze mal kurz gehen oder protecten gehen. Damit wir weiterhin schön Geld schäffeln. So, und du kannst jetzt hier kurz die Pfalz verprügeln gehen. Sollte ja hoffentlich auch nicht zu lange dauern. Nein, und dann stellen wir uns ja mal nach Ferrara. Nein! Äh. Goddamn, Papststarten. Ich wollte mich gerade nach Ferrara stellen. Die Pfalz auch schon völlig zugesiegt. Hey, what? Keine Ahnung, was hier abgeht. Egal, Papststarten wollen mich immer wieder ärgern. Aber es ist wenigstens thematisch passend. Die waren eh schon gepisst ja das ganze Spiel lang. Und uns mal ein Plus Discipline Typen, das kann auch nie schaden. Aber wir werden ja schon wieder mehr Schiffchen bauen. Wenn wir eh Geld haben. Ja. Äh, 10 und 3 wäre irgendwie cool. Weil irgendwann haben wir ja noch 7 rumstehen. Was einfach numerisch unschön ist. Deswegen muss ich das ändern. Early Frigate. 1, 2, 3 da oben noch extra dazu. Yay! Die sind nur auf 27%. Ich kann nichts dagegen tun, weil die scheiß Papstarten leider hier auf Ferrara rumhocken. Wie die größten Pisser, die die Welt je gesehen hat. Ähm. Kann ich da hälfteln? Du kannst da nicht drüber. Schade. Merchants landet. Why not? Why not? Ähm. Es ist ein bisschen risky, weil ich kann die Transports alleine vielleicht jetzt doch benutzen, um meine Truppen wieder... Ja, wobei ich kann euch da lassen, falls die Rebellionen sind. Ich kann warten, bis der Krieg vorbei ist, bis ich euch wieder wegschippere. Da war ich occupied mit. So, nice of us. Nein, nein, es bringt wirklich gar nichts, da drin zu stehen eigentlich. Ah nein, warte mal, du... Ja. Du komm wieder zurück, vielleicht hast du Siege. Hast du Siege? Sollte ich vielleicht vorher nachschauen. Das D-Kent Siege. Mit anderen Worten, das ist alles völlig für die Katz. Was ich da kurz aufgeführt habe. Aber macht ja nichts. Our Royal Marriage of Naples has ended. Und wir haben irgendwie eine Million Diplomaten, die nichts zu tun haben. Das geht natürlich gar nicht. No. No call to arms. Wir machen nur wieder unsere schöne Royal Marriage. Äh. Liebes Frankreich, mit dem müssen wir auch mal wieder Relations Improven. Da nicht alles in den Arsch geht. Yo. Cool. Äh, und in Portugal können wir mal wieder Farbe kennen. Äh, besser gesagt, äh, Spine Network bilden. Und dann später, infolgedessen, Farbe kennen. Okay, das hat sich auch irgendwie geholt. Mhm. Wenn man... Wie können Sie jetzt wieder auf höherem... Enthusiasm sein als vorher? Ist das absolut chancenlos? Naja. Was soll's? Ähm, ich brauche eigentlich jetzt... Das Spine Network nicht mehr wirklich. Ich habe eh schon alles gesiegt. Wie will man ausschauen? Würdest du mir jetzt alles geben, was ich will? Let me call it a day. Ja. Ich glaube, War Reparations und Ähnliches von den anderen ist wahrscheinlich weniger wert, als wenn ich schon wieder jetzt die Army Maintenance untersetzen kann. The grand scheme of things. Neh, let's do it. Schnell und schmerzlos, also außer für Aragorn. Da war's schnell und äußerst schmerzvoll, I guess. Aber wen interessiert schon Aragorn? Sie haben's verdient. Sie waren neben uns am Anfang. Und das ist moralisch falsch. Das rechtfertigt jeglichen Eingriffskrieg. So eine Frechheit. Ähm, jetzt will ich das ja alles eigentlich schon gleich mal Luca geben, damit das wäre für mich kurz, liebes Luca. Hallo, Subject, du bist wieder reich beschenkt von deinem gnädigen Herrscher. Hier. Kriegst du Sardinien. Und dann kriegst du auch noch hinterher, wie heißt das andere, Kar, 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 Zeug. Kar, Zeug kriegst du auch noch. Ein Herzstück meines Landes, das ich mir schweren Herzens vom Mund abspare. Nur damit du auch Land hast. So, 52 seid ihr jetzt. Wieso seid ihr nur 52? Es sollt... Jetzt geht sich das schon wieder nicht aus. Jetzt hab ich hier einen Zwitsch. Nein, dann mach ich das Schiffchen eben nicht. Oder ist da jetzt nur ein Einzelner? Nein. Oder ist da irgendwas anderes dabei? Nein. Warum? Das waren doch 7. Das bringt mich völlig aus dem Konzept. So, okay. Das sind 52 Schiffchen. Ich glaube, wir werden 50 insgesamt nach Genua abstellen. Das wird aber jetzt das Neue. Und dann die eine Neuen kommen nach Sevilla. Und dann schauen wir weiter. Aber Genua braucht einmal ordentlich Schiffchen. Damit ich hier ordentlich Geld mache. In Genua ist eine schöne Trade-Node. Du kannst dabei schon mal nach Sevilla. Hier you go. Genau. Und du, armes kleines zurückgebliebenes Häufchen hier, kannst dann wieder meine Truppen zurückführen. Yay! Kolonie fertig. Ähm... Ja, schauen wir mal, dass wir mit Mexiko hier weiterkommen. Und wir haben tatsächlich einen Merchant dazu bekommen, sehe ich jetzt. So, aber ich habe ja schon beim letzten nicht genau gewusst, dass ich damit machen soll. Wie... Da haben wir ja gar nicht zu wenig. Und es ist gar nicht so wenig Trade. Von dem her... Mehr nach Sevilla, bitte. Wird das noch mehr? 2.96 war das doch gerade vorher auch schon. Äh, no. Answer is no. Okay! Habe ich nur gefragt. So, ihr kommt wieder... Zurück aufs Festland. Ein nächster Genua-Krieg wäre auch immer mal angesagt, oder? Nur für Corsica halt. Mit wem bist du verbündet? Mit Hamburg und Münster. Und haben wir noch einen Fremdsvertrag mit dir? Ansonsten können wir eigentlich schon wieder loslegen. Nein! Also sowieso nichts. Äh... Wollen wir uns kurz den Claim... Oder hast du dir vielleicht schon... Also dich nützlich gemacht in der Hinsicht? Das dich nicht nützlich gemacht in der Hinsicht, okay. Wo ist der Re... Ist das alles, was Genua noch hat? Nein, oder? Da muss es irgendwo noch einen Rest geben. Da drüben gibt es doch immer noch irgendwo ein Genua-Restchen. Da ist aber nichts mehr. Da sind die Mannen bereits dran. Hm. Vielleicht ist es wirklich der Rest von Genua. Wir werden es sehen. Aber die Mittelmeerkontrolle kommt langsam. Kommt langsam. Es wird schon was. Äh, genau. Wir wollten wieder solches Zeug bauen. Müsst ihr euch das nicht bauen? Ich finde, 94 kostet es. Weil es so teuer ist. Alles klar. Für 90, ähm... Das muss so schneller gehen. So viele Klicks, die ich machen muss. Can't be behaltet. So, jetzt aber, oder? Nein, es ist immer noch 94. Ich bin so ungeduldig. Okay. Here we go. 41? War das nicht gerade Feuerwehr? Nein, ich glaube nicht. Wir bauen wir uns auch immer in Provencher. Nein, du kommst wieder zum Transport. Wunderbar. Dann wieder zurück. Perfekt. Du willst kurz das Mikroflot losschalten. Okay. Ich bin schon wieder da. Oh, und da haben wir jetzt 10 mehr. Und hier kommt es auch noch Sevilla. Dann werden wir als nächstes noch mehr... Das nächste Mal Flotte aufbauen, oder? Okay. Oh, Trade Efficiency plus 10%. Das kommt uns natürlich sehr gelegen. Wie lange haben wir noch bis zur nächsten... Doch noch ein bisschen bis zur nächsten Institution. Das heißt, ich brauche nicht sofort jetzt meine ganzen... Äh, meine Fakturien hier fertig zu bauen. Weil wir brauchen irgendwann nochmal... Ich glaube, erstens noch einmal 10... 10 Transports mehr und der Heavis. So 20 Heavis wäre ich das letzte Mal... Also 30 mehr, sind wir schon auf 121. Wieso haben wir 91 Schiffe? Wieso haben wir jetzt schon 91 Schiffe? Das macht mich fertig. Weil ich ein Vollkopf bin, weil es 2... Oh mein, wie dumm kann man... Gummibarm, bitte. Na, das tut ja jetzt weh. Natürlich kommt es von 7 auf 2, wenn es plus 5 ist. Du Trottel. Da war es ja eh 3. Da waren es ja eh 3. Verzeiht mir. Ich habe nicht viel geschlafen. Na, wie depp? Na. Na. Das ist nicht okay. Ähm, okay. Wurscht. Das heißt, ich habe jetzt... 60... Ich habe jetzt 64... 60 Trade-Schiffchen. Hör... Why is it... 91 dann? Ne, wies. 60, 70. Weih. Weih. Seht das jetzt da, die ich schon drin, die ich baue, aber dann wäre es doch in Klammern. Ah, ich schaff das fast nicht, wenn ich deppert da. Okay. Alles ist einfach nicht gut. Ja, die letzte Folge war auch schon so ein bisschen komisch, hatte ich das Gefühl. Ja, ich weiß nicht. Einer muss ich mich immer wieder hinsetzen und ein paar hintereinander raushauen, aber ich hatte jetzt einfach nie Zeit. Sonst bin ich einfach dauerverwirrt. Ne, vielleicht hat das... Vielleicht hat das ein komediantisches Element. Ein unfreiwürdiges. Äh, 74 von 112 ist die Sache. Ja, also plus 30 hätten wir dann. 104 von 112, da können wir noch... Acht... Äh, da können wir noch sechs Handelsschiffe raushaben. Passt das dann so? Ja, also bauen wir jetzt als erstes Mal noch sechs Handelsschiffe dazu. Ich will jetzt nicht nochmal nachrechnen, auch wenn ich sollte, so verwirrt, wie ich momentan bin, aber... Das kommt nicht gut raus, glaube ich. Ich hoffe, wir haben Glück und es ist jetzt alles so, wie ich es meine. Ähm, du kommst dahin, ihr könnt es nicht mal samtun, ihr geht es nach Sevilla. Ich muss mir merken, dass es könnte ich Ihnen ein Best-of, äh, verwirrter Gummibaum geben. Die ganze letzten drei Minuten oder so, irgendwann mal. Muss ich mir merken. Alright, ähm, Available Mercenaries und Admin Cost, yes. Also, Admin Cost dann ist das letzte Mal. Aber da wollten wir eigentlich hin. Number of States plus 5 ist auch nicht schlecht. Aber eigentlich, Truppen müssten wir auch bauen. Das stimmt schon. Wie sieht es aus mit unserer... Shit, jetzt kommt es schon wieder Mathe, das kann nicht gut gehen. Kommen wir durch zu 32. Wir haben momentan... Ah, ja, aber da zählen die ja die von oben auch noch mit. Wir haben 36, 32, also passt das eigentlich eh so. Können wir hier eine gesamte weitere halbe Mäh ausbilden? Yes. Ich glaube, das werden wir dann noch machen. Äh, was ist das? 16, 2, 16, oder? 16, 2, 16. Und, in... Indeed. Ähm... Units, destination... Create... Template... Half... Army... Ähm... As of the fear... We die... Mit... Nope. 600, okay, das ist einfach mal. Within Regers und Bonn, das können wir. mal können 20 kostet uns noch 1000 also wir brauchen jetzt noch noch mal ein bisschen mehr geld hinterher bevor wir uns entspannen können very stressful ich hätte eigentlich da bleiben können ich trotzdem weil ich muss ja dann gleich wieder rüber ich kann jetzt anfangen rüber zu kommen da war das alles andere nach weniger lang das habe ich ja wohl anlegen oder hier in portugal bevor sie uns wieder raushauen unfreundlich wie sie sind nur weil wir in ihr gesamtes land gestohlen haben verliere lieber verteilt power mein admin ist das was wir am wenigsten haben ich weiß ich will ja nicht in meiner diplothek machen soll ich schon zuhause mit accept kann ich was noch leonese ligurian portuguese könnte ich sagen das wird auch noch mehr werden portuguese könnte ich mal ja das ist alles portugal aber das ist ja eh schon grün ach so nein im fehl ist das ist einfach nicht okay ja aber so viel kommt nicht mehr aber es sind die größten soweit wie viel darf ich accepted machen 2 5 4 bis wegen base of technology ok dann haben wir noch portuguese da auch noch rein kostet 100 diplo power da kommt danach auch noch was dazu was wäre das demote culture no das machen wir natürlich nicht außerdem sind da die großen trade ports drin hier für severe fertig mit friends wie wunderbar hey wir können hier unseren claim machen okay claim korsika here we go also als nächste folge gibt es wenigstens kann ich versprechen wie der krieg außer du hast dich gerade mit der gesamten welt verbündet was du nicht getan hast aber für die folge werden wir es hier mal dabei belassen ich hoffe immer dass es euch gefallen hat zuzusehen wenn das der fall war lasst doch ein like da oder abonniert den channel aber vor allem schaut beim nächsten mal wieder vorbei vielen dank fürs zuschauen papa 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 Vielen Dank.